Freude Night Funkin gegen den Imposter, Part 2. Ich weiß nicht, ob ich das erste Part gespielt habe, aber lass uns einfach mal reingehen und gucken, ob wir nicht schlagen können beim ersten Versuch. Ey, die Intro-Musik klingt schon echt geil. Danke, dass du gegen den Imposter spielst. Mein Team hat so hart den letzten Monat gearbeitet. Ich hoffe, du genießt es. Warnung, diese Monat enthält sehr viel Lichter. Okay, let's go. Story-Modus, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Devon-Mod ist anzeigt, oder? Ja, und da sind sie auch. Okay, also wir haben nur normal, hart und easy. Ich probiere es mal auf normal einmal. Bevor wir anfangen, schauen, ob du da oben dann lass das und ob du kommst, abonniert das deinem Hip-Abb-Täglich-Virus-Druck und alle sind kostenlos. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich erkenne meine Möchte der Beschreibung aus und let's go. Ich habe das lange nicht mehr gespielt ohne Aufwärmung, Baby. Ohne Aufwärmung. Ich sag's dir, let's go. Ich bin nicht echt gespannt, weil die Musik ist auch anders. Wow. Okay. Oh mein Gott, das ist Imposter. Nein, ich bin ein Crew-Mate. Bitch, du hast ein Messer. Ja, ich meine, du siehst nicht gerade Imposter-mäßig. Ich meine Crew-Mate-mäßig aus. Oh mein Gott. Oh. Oh. Hey. Let's go. Hey. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verdammt, ich bin gleich tot. No. Komm schon. Ich muss aber einfach spielen. Ich muss aber einfach spielen, oder? Ich habe es länger nicht mehr gespielt, deswegen bin ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, yes. Oh. Oh. Let's go. Hey. Oh mein Gott. Okay, okay. Alter. Bro. Das ist episch. Let's go. Oh. Let's go. Ich habe das schon irgendwo mal gehört, ich weiß aber nicht, wo. Okay, let's go. Oh. Oh. Hey. Das ist crazy, bro. Okay. Woo. Oh, damn, bro. Okay. Woo. Okay Zum Glück hat es nicht so lange gedauert, bis ich aufgewärmt wurde Bro Oh mein Gott, ich gehe weiter Bro, ich kann nicht den einzigen sehen, der das so fühlt, oder? Das ist ja auch mega gut gelungen Oh Lass ich die Musik lauter machen Okay Let's go Bro, das ist erst Tag 1? Das ist doch nicht Tag 1 Okay Okay Bro Das ist so gelungen einfach Oh nein, ups Das ist so gelungen einfach, ne? Ja, okay, ich mache mir noch sehr viele Fehler, aber ist okay Alter Das ist ja ewig lang Okay Okay, okay Ja Find ich Oh, sie ist tot Achso, sie hat sie getötet Ich hab gar nicht gemerkt, dass sie sie getötet hat Dude, du hast meine Freundin getötet Ja, du bist der Nächste Oh, verdammt Oh, verdammt Okay Oh, sie ist das Sky Stort Oh mein Gott Oh, sie ist das so gelungen, oder? Oh, sie ist das nackt Oh, sie ist das so gelungen, sie sind Okay, sie ist das gelungen, oder? Oh, sie ist das gelungen, oder? Oder? Ja, ich habe verloren. Ich habe verloren. Okay. Woo. Okay, okay. Let's go. Let's go. Oh, mein Gott. So schnell. Oh, Gott. Okay, okay. Wir leben noch. Let's go. Woo. Das ist besonders, bro. Woo. Hey. Okay, okay. Let's go. Bro, das sind so simple Sounds, aber es fliegt so gut. Oh, let's go. Oh, let's go. Hey. Let's go. Wie ist sogar das Links? Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Let's go. Bro, was passieren hier für das für Sachen? Bitte nicht, dass sie... Oh. Okay. Jetzt bin ich auch im Geist. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wieso hast du mich getötet, Bitch? Wie? Wie? What the hell? Okay. Oh. Oh. Alter, sind der Mitter und seine Imposter-Freunde? Oder was genau ist das? Ich glaube, ja. Okay, let's go. Woo. Woo. Okay. Okay. Let's go. Oh. Ey. Ich werde sterben, oder? Ich werde sterben, oder? Ich werde sterben, oder? Ich bin tot. Ich bin tot, jetzt ohne Scheiß. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich muss tot sein. What? Okay. Okay, dann kann ich mal Punkte wieder zurückbekommen. Let's go. Oh. Okay. Okay, let's go. Okay. Woo. Ey. Woo. Wie lebe ich noch? Wie lebe ich noch, Alter? Ich habe keine Ahnung. Okay. Woo. Woo. Let's go. Okay, let's go. Bis wieder bei. Woo. Ja. Genau. Tu mich auch. Wirklich, tu mich auch. Okay, let's go. Let's go. Komm schon, bitte. Das muss diesmal klappen. Okay. Konzentration oder Prozent, Alter? Ich bin immer noch ganz rechts, Bro. Verdammt. Verdammt. Wie bin ich so weit rechts? Ich glaube, bei der nächsten Ex-Szene werde ich verlieren. Okay, wir werden sehen. Ich bin wieder ganz links. Okay, ich bin ein bisschen wieder in die Mitte gegangen, Kacke. Okay. Das sind die Momente, wo ich aufladen kann. No. Oh, mein Gott. Bro. Was zum Teufel? Sag mir nicht, ich schaffe das. Okay. Oh, mein Gott. Bitte. Oh. Bitte. Oh, Gott. Oh. Das war so knapp. Okay, wir haben es auch noch geschafft. Das war's für das Video. Mehr davon lassen wir oben der Abonnier-Kosten-Aktivität-Locker-Check-Mann-Weil-Szene-Beschreibung. Bis zum nächsten Video. Bye.